ja herzlich willkommen bei bei daylight live ja die deutschen holzleitung mal gucken was wir hinkriegen wollen zu dritt spielen mal gucken ob wir die anderen wieder bin ich glaube wir mal so eine schattenfigur von mir obwohl die umgebungslicht könnte vielleicht reichen ich habe jetzt kein kontrollbildschirm an das habe ich mir gleich besorgen laptop anschließen so einladung viel geschlagen wie ja okay muss ich jetzt vergeben war muss ich jetzt nicht verbrauchen als kinder mal schauen es geht dann gleich los ja ich kann so ein bisschen vorbereitung treffen also moment bitte ja 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 Achso, vielleicht wird ja der Maniac mitmachen, mal gucken wir mal, klar, ich glaube, der Maniac Das wird aber nicht gebannt, das wird nicht gut Vielen Dank. 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 Okay. Okay. So. 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 . So. . So. . So. . So. . So. . . . . . . . . . So. . . So. . So. . anna fehlt das bereits noch das ist ja dauern bis so dass der nächste weg her so jetzt alle weg wie wäre das wohl nix er ist offline das los sein computer auf energie sparen gegangen oder wie die gruppe nicht vorliegen bestimmt da nicht ja irgendwie hauen die leute hier alle rein weil sie das ist eine neue dazu gekommen sind wir noch mal bereit ich bin mal gespannt also jetzt könnte ich ja hier bei der kinder verbindung zu anderen spieler wird hergestellt okay dass er wieder abgestürzt und dann ihre stärke auf viele arten ok sie werden am ende so alles alles tut das kann ich bin nicht in der freien stelle ich sitze im dunkel besser ich doch die lampen dazu ich bin ganz schön so wie man überleben der one spitze die uhrn vielleicht hörst du seine schritte er ist verletzt kannst du ausspüren indem du deine schmerzlaute folgst wir sind tot wir sind tot das ist eine scheiß map oh mein gott ist das eine kack map ach du scheiße ist die schön die sind tot das wars ist denn hier alle drei ich höre ich höre einen generatoren wo hallo Ich hab die Haken alle voll, das ist schon merkwürdig. Ja, so viel der fängt auf einmal, das ist wieder schnell zu Ende, ne? So, tschüss. Was vom Teufel, da ist einer tot. Nur einen hab ich schon gestoppt. Ah, da läuft er. Flutet. Ganz stark. Du Arschloch. So, jetzt der Haken hab ich ja zwei wo drauf. Hup, 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 hup. So, hier, ab am Haken. Scheiße. Achso, hier, Haltstopp hier. Ich muss ja hier, das ist ja noch nicht. Hör ab, was soll denn? Das ist ekelhaft. Ah, wer ist denn das? Oh, wo ist hier hin? Was? Da. Achso. 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 Ist überhaupt noch jemand da, der mich befreien kann? Ist gar keiner mehr da, der mich befreien kann, ne? Der Haken ist irgendwie weg. Er ist weg? Achso, was ist denn da los? Er ist tot. Ja, er ist tot. Achso. Richtig. Der ist schon heute schnell tot. Aber den hätte es noch mal ein bisschen zappeln lassen und können. Er hat noch keine Ahnung von dem Spiel. Er hat noch keine Ahnung von dem Spiel. Hallo, was ist denn da hinten los? Da muss ich gleich mal nach dem Rechten schauen. Geht so nicht. Ich höre jemanden holen, ne? Warte mal, was ist denn da los? Oh, schau. Komm zu mir! Achso. Warte halt, stopp. Da geht's nicht weiter. Ich hab gemerkt. Achso. 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 Wieso hast du ein bisschen, ja? War die andere Person weg, oder was? Am Ende hat ein Kabelverbindungsabriss, ja? Was schreit du denn? Ja, das ist ein bisschen weh, das Pyroshlen. Ähnlicher Charakter bist du doch, oder? Also das ist immer schwierig. Oh, die Ringe werden mal kleiner. Oh, die Ringe werden mal kleiner. Oh, die Ringe werden mal kleiner. Oh, knapp. Weg hier, lass uns weg hier. Lassen wir hier weg. Ja, die andere Person läuft leider immer. Dann verrät er mal eine Spur. Wie fährst du zu schleichen, die Rends? Achso, das ist ja schon. Ja, warte, ich muss mal weg bringen, der soll. Warte, halt, stop. Hände ich dich erst mal an die Decke hier. Warte, halt, stop. Da. Wenn du Schulterblatt. Eigentlich musst du ja immer vorsprungen lassen zu zweit. Ist das halt doof, tatsächlich. Danke. Du Kacke. Du musst ja leider gleich weg, weil... ... wer ja gleich hinter einem her ist, der... Ich bin gnadenlos. Gnadenlos. Das Haus ist verschlossen, man kommt in das Haus rein und solche Sachen. Du Kacke. Das ist nur ein Generator. Das ist nur ein Generator. Was ist denn? Das ist nur ein Generator. Das ist nur ein Generator. Ich komme jetzt rum verschlossen. Töne mich bloß extra endlich mal, das ist doch scheiße. Das ist einfach nur scheuer. Töne mich bloß nicht so scheiße. Ja, ne, tot. Ach, springen. Töne mich bloß. 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 gut ja dann viel spaß bei der anderen gruppe machen aber ich habe es uns auch ein So, mal gucken, ob wir ein paar Zombies abschießen gehen jetzt ein bisschen. Du schaffst das so besser. 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 Du schaffst das so besser.